Viele Christen haben nicht wirklich ein Verständnis dafür, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Neugeboren zu sein in die Familie Gottes hinein. Zu Gott zu gehören. Zu seiner Familie zu gehören. Das ist etwas Besonderes. Das ist ein unvorstellbares Vorricht. Du gehörst nicht mehr zu dieser Welt. Du gehörst in das Reich Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Und du kennst bestimmt den Spruch Adel verpflichtet. Und das gilt auch für Christen. Sie sind hoch geadelt als Kinder Gottes. Und das bedeutet, dass sie gewisse Verpflichtungen haben. Aber viele Christen haben kein Verständnis dafür. Sie wissen nicht, welche Identität sie in Christus haben. Sie wissen nicht, was es bedeutet, zur Familie Gottes wirklich zu gehören. Und sie nahen sich Gott wie Bettler. Unterwürfig und meinen durch so ein bisschen kriecherisches Verhalten. Bettelnd und so unterwürfig bitten, können sie irgendetwas von ihm bekommen. Aber wir sind Kinder. Wir dürfen uns ihm nahen. Wir dürfen aber lieber Vater sagen. Und das Neue Testament ist voll davon, wie wir uns Gott nahen können. Wie wir kühn hinzutreten können zu ihm. Weil die Schuld vergeben ist. Weil wir durch Jesus von ihm angenommen sind. Zum Thema Bettler fällt mir eine Geschichte ein, die ich vor Jahren mal gehört hatte, lange vor der momentanen Finanzkrise. Da ist dem amerikanischen Milliardär Donald Trump einmal widerfahren, dass er in größere, wirklich größere Schwierigkeiten finanzieller Art gekommen ist. Sein ganzes Imperium drohte kaputt zu gehen. Er kam in wirkliche Krise. Und auf dem Höhepunkt der Not ging er durch New York. Und da erzählt man sich, dass er einen Bettler gesehen hat, dass er dort an der Ecke saß, am Straßenrand saß und gebettelt hat. Und er schaute sich diesen Mann an und sinnierte darüber und starrte den so an. Und irgendwann sagt er zu seiner Begleitperson, schau dir diesen Bettler an. Der Mann ist eine Milliarde Dollar reicher als ich. Eine Milliarde Dollar reicher als ich. Das hat den Bettler jetzt nicht wirklich weitergebracht, aber ich finde es eine interessante Geschichte. Was bedeutet es, Kind Gottes zu sein? Was bedeutet es, dass wir uns nicht als Bettler Gott gegenüber verhalten müssen? Nicht irgendwie versuchen müssen, vor ihm akzeptiert zu werden oder so gerade angenommen zu sein oder so ein bisschen was von ihm zu erhalten, so Almosen mäßig. Weißt du, Gott sagt zu seinem Volk im Alten Testament, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, eine heilige Nation. Ein Königreich von Priestern. Ihr sollt Leute sein, die als Könige und Priester einstehen, die heilig sind, die eine heilige Nation bilden, um in Fürbitte einzutreten für andere Menschen. Und im Neuen Bund wird diese Aussage nochmals aufgegriffen und sogar noch erweitert. Da heißt es im ersten Petrusbrief, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Wenn du Christ bist, bist du auserwählt. Du gehörst zu dem auserwählten Geschlecht Gottes. Ein königliches Priestertum. Du sollst als Priester einstehen für andere Menschen, aber in der Würde eines Königs. Eine heilige Nation. Als Christen bilden wir eine heilige Nation. Heilig heißt, für Gott ausgesondert. Für Gott ausgesondert. Das ist die Bedeutung des Wortes heilig. Ein Volk zum Besitztum. Wenn du Christ bist, gehörst du Gott. Du gehörst Gott. Er ist derjenige, der sich um dich kümmert, der dich versorgt. Der sich um dein Leben bemüht und der dich voranbringt. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Volk Gottes. Das ist etwas Wunderbares. Das ist ein Vorrecht. Das ist ein Geschenk, ein Segen, den wir gar nicht ermessen können. Paulus schreibt an Titus, dass Gott uns als sein Eigentumsvolk bestimmt hat. Sein Eigentumsvolk. Sein Eigentum, was zu ihm gehört. Und zwar aus einem Grund. Damit wir eifrig sind zu guten Werken. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben die Bedeutung, die Aufgabe, für andere Menschen einzustehen, andere Menschen zu sägen, den Segen Gottes weiterzugeben, andere Menschen in dieses Reich Gottes hineinzuführen und einfach die Gnade Gottes fließen zu lassen. Zu anderen Menschen, zu ganzen Nationen. Das ist unsere Aufgabe. Wie siehst du dich? Als Bettler am Straßenrand? Als ein steinreicher Milliardär, der in der Pleite ist? Oder siehst du dich als Königskind Gottes, das vorwärts geht, um andere Menschen von der Herrlichkeit des Reiches Gottes zu berichten und sie dahin einzuladen? Ich möchte dich einfach einladen, dass du ein Verständnis dafür bekommst, welche Identität dein Leben als Kind Gottes wirklich beinhaltet. Denk mal darüber nach. Forsche in der Bibel und du wirst sehen, Gott hat viel mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!